Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play The Crew. Jetzt wieder PvP. Letzten zwei Videos war ja ein bisschen Summit und ein bisschen Spaß und ein bisschen Gelache. Straße, juhu. Ich will kein Motorrad sehen, Leute. Aber dann nimmt Jan sowieso Motorrad, wie immer. Ich nehm Skyline. Ich hab Bock auf Skyline fahren. Jan nimmt Skyline? Uh, was ist denn bei dir los? Keiner nimmt Motorrad? Alter, kann das alles irgendwie die Leute, die Schnauze voll haben vom Motorrad? Oh, nein. Das ist doch ein. Oh, wir sind alle am Arsch. Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Alles gefickt. Alles gefickt. Alles kaputt? Ja, könnt ihr uns auch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Videos das drunter geschrieben habt, wie ihr das mit den Summit fandet, ob wir das immer zeigen sollen, wenn wir Summit machen. Weil für uns wäre es ja auch eine coole Abwechslung, wenn wir euch das immer zeigen würden. Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare unter dieses Video. Würde uns Jan und mir mit Sicherheit gut freuen, wenn wir das immer sehen würden, ne? Also wenn wir das immer zeigen würden. Vorrück. Und Gas. War ohne alles, ne? Ja, war nämlich meine Strecke. Tschüss, Leute. Ey, Jan. Ja? Schönes Wetter. Ja, die Straße ist aber nicht so schön. Ja, aber trotzdem schönes Wetter. Was ist das denn? Das erste Mal heute. Ja. 45 Minuten spielen, kann man jetzt sagen. Können doch schon 50 Minuten gut sein. Und das erste Mal schönes Wetter. Hier könnte man mit Vollgas durch, das weiß ich noch. Ja, Jan nimmt sogar noch Noss, Alter. Hui. Oh, Bremsen. Mama. Alter. Meiner hat nicht gebremst. Habt ihr irgendwie Bremsbonus drin oder so? Ja, alles Bremsbonus. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Meiner hat nicht gebremst. Aber meiner hat auch nur 1270 Punkte. Vielleicht hab ich nicht mal Bremsen eingebaut. Vergissen einfach. Das könnte sein, ne? Würde von den... Ja, ich hab genau gebremst wie du auch. Oh ja, ich darf an der Kante hängen. Hast du's gesehen? Ja. An der Kante, Alter. An so einer fucking Hauskante. An so einen fucking Nippel. Ja. Oh mein Mann. An Michis Nippel bin ich wieder hängen geblieben. Oder an Klaus sein. Ja, da kannst du dich nicht richtig dran verheddern. Ach, ich werd erster, Alter. Ich hab Windschatten verliegt, du kleiner. Wie dieser. Rote Rakete Hundewichser. Rote Rakete Hundewichser? Du Hund, du. War ich gar nicht. Oh, jetzt fehlt du. Mach das jetzt. Da. Da. Weh, du verlierst. Verpiss ich aus meinem Windschatten. Du. Der geht an dir vorbei. Nein. Erster. Also log mal in Ansicht. Tabelle bin der erst. Ja, bei mir auch. Jawohl. Ich hab verloren mit meinen fucking Bremsen, weil ich in einer Hauskackmauer hängen geblieben bin. Hast du noch im Kopfkissen vergessen, bei den Bremsen. Ja. Oh, Cookie. Hier musste ich jemanden leihen, der keine Bremse auf dem Fahrrad hatte. Hat ein paar Carbon-Bremsen bekommen. Ach, hier. Ich glaub, der bremst einmal, der fliegt vorne rum. Auf dem Fahrrad Carbon-Bremsen. Ja, kurz betätigt, auf einmal, sofort. Nee, wird gar nicht funktionieren. Klar. Nee, weil Carbon-Bremsen bremsen, die erste Stimme, eine Gradzahl. Ja, packst halt ein bisschen, ja. Flammenwerfer hinten dran. Flammenwerfer. Also, noch ein bisschen Anpressdruck an den Boden, weil die wiegen ja auch ein bisschen was. Ja, das wäre schon lustig. Ist doch nur ein Carbon, ne? Carbon-Bremsen-Bremsen-Bremsen. Halten, ich bremse anders auf meinem Fahrrad. Ich hab vorne einen F-16-Düsen-Antrieb nach vorne gebaut. Und wenn ich bremse, betätige ich diesen Düsen-Antrieb. So. Also, ich springe immer nach hinten ab. Ich steige immer ab. Ja. Dann wäre ich runter, erstmal absteigen. Erstmal absteigen. So, dann haben wir meinen ersten Wunsch, hab ich schon mal. So, dann möchte ich gerne auch meinen zweiten Wunsch. Mein zweiter Wunsch ist... Ich stecke. Mal ganz ehrlich, wie kann das sein, dass einer, der Gold-3 ist, auf Platz 1 ist, und hinterhin einfach ein Platin-1 und 3 spielt. So, auf 2 und 3 ist, ey, Gesundheit. Ah, dankeschön, Alter. Alter, was ist das für eine Matsche-Bampe? Wisch mal weg. Alter, der läuft mir auch gerade ein bisschen der Nase runter, so ein grüner. Oh, oh, ich sehe es. Hilfe! Hilfe! E-Kontaminiertes Gebär. E-Kontaminiertes Gebär. Okay, jetzt wieder auf Rennen konzentrieren. Ah, ja. Ich hoffe, dass wir heute Abend vielleicht anfangen mit dem neuen Projekt. Ich will heute, ja. Dann muss ich das machen. Ja, können wir mal. Wieso? Hast du heute Abend keine Zeit, dann nicht? Dann machen wir es morgen. Doch, ich habe Zeit. Also, ich wollte eigentlich heute Abend, weißt du, so in den Stuhl rein, so, und dann 4 Walking Dead-2-Folgen gucken, und dann GOT-Folge gucken, und dann... Oh, meine Schrecke, cool. Was nehmen wir denn? Was nimmst du? Ich nehme... Wo haben wir denn jetzt hier? Sag an! Sonder F, wo bist du? Da. Sonder F. Korrekt. Wenn ich ihn finde... Finden nicht. Ah, jetzt ist der Lauferei, schau' klar. Oh, so, klar. Oh, so. Ah. Ja, ich bin nicht so wie Jan, der dann... Ist so, ne? ...nimmt. Hey, Moment. Ich fahr' Motorrad. Sag mal, Kumbi, ja, jetzt ist... Haben wir überhaupt schon ein Pagani-Zonder-F-Video? Ne, haben wir nicht gezeigt, weil die haben wir ja weggeschmissen. Ne, haben wir ja weggeschmissen. Ja, ich hab' meinen Pagani-Zonder-F fertig. F. Für... Jetzt wird die die alle gefickt. Hä, was ist das denn für eine Strecke? Äh, Ausschaltung. Ne, okay. Okay, ich wollt grad sagen, Alter, aber das Video, was grad am Ende da lief, war nämlich diese andere Strecke. Aber gut, egal. Cool. Pagani-Zonder-F. Blitzstart nicht. Ui. Ja, lol. Er zieht eisgeil weg geworden. Na, ich zieh' an die auch vorbei. Und man muss sagen, wir haben uns ein bisschen mit dem Auto mal auseinandergesetzt und ein bisschen ausprobiert. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier auf das Rennen auslegt, Jan. Ja. Ich brauch' den Bremsbonus. Hältes Bremsbonus im Boot. Doppelte Carbon-Bremsen. Gehen reifen. Ja, ne, ja, für lange gerade brauchst du los. Ja. Ich drück' irgendwie immer wieder. Ich auch. Ich hab' auch den Fehler. Mein Gott, seid ihr alle schlecht. Alter, hab' ich keine Erfahrung auf dieser Strecke hier. Alter, zieht noch vorbei, hab' nichts gesagt. Irgendwie fehlt uns Endgeschwähigkeit. No, jetzt, Jan. Drück drauf, drück drauf, drück drauf. Ich komme. Jawohl. Oh, Bremse. Jesus. Oh, Moment mal. Wieso bin ich Platz 4? Das macht mega Laune mit dem Fahrzeug gerade. Oh. Ich seh jetzt ganz genau, du drückst den Nitro. Ja, drück ich auch. Jawohl. Ich hab' wieder Fehler gemacht. Ne, ab jetzt sparen. Ab jetzt. Ja, wir haben eh goldes Nitro. Ja. Oh. Oh. Ja. Ah, zu weit außen. Er ist in Baum gefahren, der Idiot. Nicht Nitro. Er hat nur ganz gut. Jetzt hab' ein Schlückchen genommen. Was sollst du sagen, Schlückchen? Ja, klar, ne? Na, jetzt hier schön, Alter. Links, rechts. No, jetzt, Gas. Raushau'n hier, die Kacke. Alles verbrennt hier. 3 Millionen Liter auf 100 Kilometer raushau'n. Neue Bugatti. Alter. Alter. Ja, ist klar, Alter, du kleiner Homoboy, Alter. Tappt doch nicht immer auf dem Bildschirm. Oh, mein Gott. Alter, er tappt immer raus, ne? Ja. Das ist so ein Spasten, Alter. Ja, du sitzt da vorne, ne? Ja, ich sitze im Baum wegen dem. Ja, Carlos da, Alter. Bin ich voll im Baum geknallt wegen dem, Wichser. Mann. Ah, so ne Huren-Scheiße hier. Nur wegen so nem Wichser vorhin, ey. Ah, so ne Huren-Scheiße hier. Boah, Huren-Kind, Alter. Kauft euch Internet oder fragt eure Eltern, ob sie von 1 und 1 weggehen. Echt? So ein Motherfucker, Alter. Oh, shit. Boah, über sowas kann ich mich aufregen, ey. Wie kann man Verbindungsprobleme haben im Spiel? Also nicht. Ich tappe raus, Mama, um andere Leute einen runterzuholen. Oh, gib mir das auf den Piss, Alter. Nur wegen so nem Arschloch. Ganzes Ränder da uns versaut. Bei mir zumindest. Oh, Opfer. Aber gegen LaFerrari hast du mit ein paar Garni Zonda F. Keine Chance. Jetzt mal wieder runterzukommen. Also finde ich. Ja. Also LaFerrari ist auf der Strecke immer noch, äh, ja, mega OP, ne? Ja. Ach, du hattest auch schon ein Leben verloren. Ja. Und der Typ fährt nicht schnell. Der fährt nur sauber. Also das muss man ihm jetzt wirklich mal lassen, ne? Ich wollte grad sagen, Jan, mach nicht den Federnpfarrer vor. Jetzt musst du ihn dir holen. Jetzt oder nie. Sehr nice. Na ja, keine Chance beim Rausbeschleunigen. Schade. Trotzdem cooles Rennen. Außer, dass dieser Wichser mir das Rennen versaut hat. Mit seinem Scheiß Raustappen. Ah. Naja, egal, Leute. Ist nicht schlimm. Ja, aufgeregt hab ich mich. So muss es sein. Bremsbonus gewonnen. Nein, danke, Mama. Hab ich auch gekriegt. Ah, ärgerlich, Alter. Nur wegen diesem Scheiß. Pisser, Alter. Kann es nicht ab. Mach ich beim nächsten Mal auch. Kündige ich an, Jan, jetzt tapp ich raus. Dann stoppt alles, wenn der Typ genau in der Kurve ist. Ja. Wie asozial ist denn das? Wäre doch richtig asozial, oder nicht? Ja. So. Äh, was wollte ich denn? Achso, ich wollte vorhin Rennen fahren. Genau. Rennen, letzte Strecke. Okay. Ja, in den Bergkirchen. Ja. Oh, männlich. Ja. Nee, dafür war es nicht dumpf genug. Hm. Hat sich eher angehört wie eine Intel-Grafikkarte. Mal hier ein bisschen Wasser trinken, ja? Bisschen Wasser. Ein bisschen was für meine Gesundheit tun. Nicht nur Red Bull-Kaffee, Red Bull-Kaffee, Red Bull-Kaffee. Dann rauchen wir hier Munzer. Naja, das sind eigentlich so die einzigsten Beine, die ich wirklich trinke. Ich habe mal einen anderen ausprobiert. Aber die sind entweder zu süßlich oder schmecken nach gar nichts. Verstehe ich nicht. Jeder hat ausprobiert. Wieso kann es jetzt nicht losgehen? Ja, in der privaten Lobby funktioniert es ja, ne? Mhm. Es ist halt nur wirklich hier in der Multiplayer-Lobby. Ja, äh. Okay, nicht meine, aber Rennen. Was nehmen wir? Äh. Nehmen wir. Komm. Ja, fanden wir nicht. 458 Speziale. Okay. Mit 1099 Punkten. Ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, meiner hat 1270. Ich glaube, da fehlen auch die Bremsen. Auch rausgebaut. Ich muss unbedingt mal meine ganzen Fahrzeuge alle auf 1299 machen. Ich habe so viele, die 5 Punkte fehlen, 6 Punkte fehlen, 20 Punkte, 30 Punkte. Also, das war die erste Zeit, ne? Wo wir uns das zusammengegaunert haben und froh waren. Ja. Wo wir überhaupt so weit oben waren. Ich glaube, der Nissan geht aber verdammt gut. Was? Ey! Voll durch die Welt gepackt. Echt? Ja. Einmal... Und dann wieder aufgestreckt. Was haben die gemacht? Ich hab keine Ahnung. Okay, der Kopf schnuppelt. Oh, der hat auch Fehler gemacht. Jawoll. Oh, ich bin abgehoben. team. Oh, ich bin unbefummig. Over den Boden, 看riebsاه. Oh, da bin ich zu langsam durchgefahren. Jetzt hängt er mich ab. Du hast ja nur 1099 Punkte. Ja, bin doch gut. Dann solltest du den mal fertig machen, weil du vorhin ja mega mit dem zufrieden warst. Ja. Oh, ich bleib in der... Ja, da bin ich auch. Und da bin ich komplett rumgepackt. Er leckt mich am Arsch. Weil es leckt aber auch immer wieder mal. Ja. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber sie haben viel Scheiße gebaut mit dem Update. Sie haben ja kein Update gemacht. Sie haben einfach nur Serverwartungen gemacht. Ja. Und seitdem ist es völlig im Arsch alles. Ich bin wieder abgehoben. Da in der Kurve. Ich mache immer wieder denselben Fehler. Geht mir das auf den Sack, Alter. Was haben die denn gemacht, die Hurenkötte? Nichts kriegen sie geschissen. So Division haben sie mega versaut. Und jetzt hier die Crew mit den letzten Sachen mega versaut, dass die Server wieder laggy sind. Es war ja mega geil der letzten Zeit. Und jetzt fängt es wieder an. Also keine Ahnung, wen den geritten hat. Hält es aber gut mit. Mit deinen Laubpunkten. Ja, fuck, Junge. Du bist aber abgehoben, Alter. Bei mir an sich bist du auch hinten auf den Rädern nur gefahren. Ich habe diesmal nicht den dummen Fehler gemacht. Nein, nee, nee. Und jetzt Believe. Ja, fuck. Ich kann die Fälle in. Ja, v formula auf mich hier. Oh ja. Ich kann das Agen, Nein! Fuck! Oh, ne halbe Runde mehr und ich hätt ihn gehabt, den Wichser. Wichser! Alter, Wichser da! Wie bei Mantamanta, ne? Der Ferrari-Fahrer, du, 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 Wichser, du! Chicken Wings! Chicken Wings! Ja, Leute, wir sagen damit wieder, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei den unwiderstehlichen The Crew-Leuten. Nein, wir hören uns übermorgen auf jeden Fall wieder in The Crew und denkt daran, es könnte sein, dass irgendwann in den nächsten Tagen das neue Projekt um 13 Uhr startet. Und damit sagen wir, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich hoffe, bis zu euch.